Für den 27. Mai ruft die AfD zu einer Demonstration in Berlin auf unter dem Motto Zukunft Deutschland. Mehr Inhalte sind nicht bekannt, aber wir wissen ja, für welche Inhalte die AfD steht. Das ist Hetze gegenüber anderen, Hetze gegenüber Andersgläubigen und Treten nach unten. Insofern freue ich mich sehr, dass es einen breiten Aufruf des Bündnisses gibt unter dem Motto Stoppt den Hass. Lasst uns am 27. Mai die Straßen mit Solidarität füllen und deutlich machen, die Zukunft, für die wir streiten, ist eine Zukunft ohne Hass, eine Zukunft ohne Treten nach unten, kurzum eine Zukunft ohne AfD.